Der Titel des heutigen Markeflüsters Solidarität in der Corona-Krise ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber bevor ich über die Finanzmärkte spreche, möchte ich eine persönliche Bemerkung gewissermaßen erstmal loswerden. Mich hat heute eine E-Mail erreicht, die mich irgendwie sehr berührt hat. Da hat jemand eine Spendenaktion für ein befreundetes Ehepaar ins Leben gerufen und hat mich angeschrieben und hat gesagt, Mensch, Herr Fugmann, Sie erreichen doch Finanzinteressierte, da ist doch vielleicht der eine oder andere dabei, der ein bisschen vermögender ist und vielleicht können Sie irgendwie einen Aufruf starten, dass man diesem befreundeten Ehepaar hilft, das im Gastronomiebereich ist, das vor einem Jahr eine solche Gastronomie übernommen hat. Und die stehen natürlich jetzt Blöde da, die haben viel investiert, die haben jetzt ein Riesenthema und am Wochenende möchte ich ein Video über dieses Paar machen, das so in Schwierigkeiten ist. Und meine Idee ist, dass die Spender, die dann für diese Menschen ganz konkret, ganz direkt, ganz real spenden, dass wir uns alle dann in dieser Lokalität treffen und eine schöne Party feiern, wenn diese ganze Corona-Geschichte mal vorbei sein sollte. Aber jetzt kommen wir zu den Märkten. Wie gesagt, der Hinweis auf das Video, das ich am Wochenende machen werde. Schauen Sie sich das mal an. Ich finde, es ist wichtig, den Schicksalen auch Gesichter zu geben. Es sind ja Zahlen, wie viele Millionen von Lebensentwürfen entgleisen, sind irgendwie aus der Bahn geworfen. Alles schien sicher, jetzt plötzlich alles unsicher, alles anders. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns untereinander helfen. Denn so helfen wir Menschen und helfen damit der Wirtschaft und können damit vielleicht auch eben die Krise ein bisschen abmildern. Zumindest meine Reichweite, was die Zuseher betrifft, ist begrenzt. Aber es reicht ja, wenn ein paar es sehen und sagen, ja, da würde ich gerne unterstützen, dann wäre schon viel geholfen. Jetzt kommen wir zu den Finanzmärkten. Und da ist der Begriff Realität so ein bisschen schwieriger anzuwenden. Hier sehen wir das, was Sven Henrik mal wieder sehr gut, wie ich finde, sehr gut formuliert. Deutsche Sprache ist schwierig heute. Wo er sagt, der ganze Markt ist ein isoliertes Ökosystem irgendwo, das sich komplett abgekoppelt hat von der Ökonomie. Kann man vielleicht so sagen, es geht nur noch um künstlich geschaffene Liquidität eben durch Staaten und Notenbanken. Das mal vorweg geschickt. Und wenn wir uns mal die Krisen der Vergangenheit anschauen, also Rückgänge von BIPs, von Wirtschaftsleistungen, dann hatten wir zum Beispiel in den USA 1970 einen Rückgang von minus 4,2 des BIPs. Damals sind die Märkte 37% gefallen. 1974, damals im Gefolge der Ölkrise, hatten wir einen Rückgang von minus 4,8%. Damals sind die Märkte 45% gefallen. 1980 hatten wir einen Rückgang von minus 8%. Da sind die Märkte 27% gefallen. Allerdings schon von einem extrem ausgebombten und billigen Niveau aus. 2001 ist das BIP minus 1,7% gefallen. Die Märkte 51% runtergekommen. Aber weil eben der Markt vorher total überbewertet war, Stichworte Dotcom-Blase. 2008 hatten wir einen Rückgang von 8,4% beim amerikanischen BIP und die Märkte sind 58% gefallen. Wir waren in der Spitze, glaube ich, bei 35% jetzt in der Corona-Krise. Wir wollen uns mal aber anschauen, welche Bläschen wir jetzt eigentlich aktiv haben. Wir haben die größte Equity Bubble of all time. Das ist hier eine Studie einer großen, großen Fondsgesellschaft, die global aktiv ist. Und man spricht hier vor allem die Rentenkrise und die Buyback-Bubble an. Wir haben die größte Welle an Menschen, die jetzt in Rente gehen werden. Deswegen Pension Crisis. Wir haben die größte Corporate Credit Bubble, also die Kreditblase, die Verschuldung der Unternehmen. Wir haben eine Student Loan Blase, also Studentenkredite, Autokredite. Indexation Bubble. Es gibt ja inzwischen mehr Indizes als Aktien zum Beispiel, weil man eben als ETF-Anbieter immer neue Indizes auflegte, um eben diese Produkte an den Mann zu bringen. Deswegen die ETF-Market Structure Bubble. Wir haben eine Foreign Borrowings Bubble, also dass praktisch der Dollarstandard eigentlich eine Blase ist. Wir haben eine Blase der Geldpolitik, die Zentralbankenblase. Und wir haben eine EU-Bankenkrise. Ich glaube, all das kann man so formulieren. Ray Dalio hat Interessantes gestern wieder gesagt und gezeigt. Er hat hier mal eine Grafik, die Sie hier sehen, wo er sagt, wir haben praktisch eine Debt-Bubble, also eine Schuldenblase. Dann haben wir ein großes Big-Wealth-Gap. Also die Vermögensunterschiede werden immer größer. Dann platzt diese Schuldenblase, Debt-Bust. Dann kommt Printing Money and Credit. Das ist das, was wir jetzt sehen. Wir erleben ja eigentlich das Platzen einer Schuldenblase, wo also Leute, die verschuldet sind, ihre Kredite nicht mehr bezahlen können. Also reagieren die Notenbanken etc., wie sie es derzeit tun. Dann kommt die nächste Phase, Internal and External Fighting. Es gibt also Konflikte, außenpolitische Konflikte, innenpolitische Konflikte, klar. Da geht es um Verteilungskämpfe, da geht es um Zukunftschancen, da wird gerungen. Und dann gibt es eine Debt on Political Restruction. Dann kommt also sozusagen eine neue Struktur. Außer dieser Krise und ähnliches ist eben jetzt auch zu erwarten. Kommen wir mal zu den Aktienmärkten heute. Was Sie hier sehen, ist der S&P 500, der im Grunde jetzt die ganze Zeit oder in letzter Zeit um diese 2800er Marke herum meandert. Dieses 2800 Niveau beim Light Index der Welt, das hatten wir Januar 2018, März 2019. Also wenn man wollte, könnte man sagen, im Grunde ist dieser Chart ein Beleg dafür, dass der S&P um die 2800er Marke pendelt. Mal mit Ausreißern nach oben, mal mit Ausreißern nach unten. Wir sehen und das ist vielleicht jetzt für die nähere Zukunft die entscheidende Frage. Wir haben in der nächsten Woche die Earnings, die Berichtssaison der großen Tech-Unternehmen in den USA. Amazon, Facebook, Microsoft, Alphabet, Sie, Facebook, Sie alle werden berichten in der nächsten Woche. Und hier sagte Thomas Thornton, der ein sehr geniales Modell entwickelt hat, Gross-Value-Ratio sagt er, ist extrem und wir haben ein klares Verkaufssignal eben für die großen Tech-Werte. Und er sagt, wir werden jetzt in nächster Zeit die Gross-Aktien Underperformance sehen, also die Wachstumsaktien mithin, also die Tech-Aktien. Und wir werden Value, also die konservativen, bisher dividendenstarken Titel, die dürften im Vergleich zu Gross outperformen. Kommen wir mal zur Wirtschaft. Jetzt hier in den USA gibt es eine sehr gute Grafik zu der Arbeitslosenstatistik. Und wir sehen Hawaii, Kentucky, Michigan, Rhode Island, Pennsylvania, Nevada sind die am stärksten betroffenen Gebiete. Ich schiebe die Grafik mal wieder rüber, die ist mir wieder verrutscht, weil der Computer speichert hier. Und wir sehen aber auch, dass in einigen Gebieten, die allerdings ökonomisch nicht so wahnsinnig wichtig sind, mit Ausnahme jetzt von Texas, die Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen ist. Jetzt der folgende Tweet von Liz & Sonders, den ich wirklich bemerkenswert finde. Und da sagt sie, wir haben weniger als drei Prozent der US-Counties, also das sind Gemeinden, wenn man so will, in den USA. Weniger als drei Prozent dieser Gemeinden, die stehen für über die Hälfte des amerikanischen BIPs. Und in diesen wenigen Gemeinden, nämlich diesen wirtschaftsstarken Gemeinden, haben wir 61 Prozent der Corona-Fälle in den ganzen USA. Es sind also die wirtschaftsstarken Regionen in den USA, die von dieser Corona-Krise betroffen sind, etwa New York, weil die Leute natürlich dicht aufeinander leben. Im mittleren Westen, wenn der nächste Einwohner zwei Kilometer weit entfernt ist, dann wird man das nicht allzu sehr merken. Also das ist das große Problem, das derzeit ist, solange in diesen wirtschaftsstarken Zentren Corona grassiert, ist das ein richtiges Thema. Derzeit jetzt auch im Fokus plötzlich Florida, wo die Fallzahlen sehr deutlich steigen. Hier sehen wir eine Grafik über den Elektrizitätsverbrauch im März. Und hier sehen wir, dass Car-Dealerships, also Autohändler massiv rückläufig, Restaurants, Religious Organizations, also Religionsorganisationen, religiöse Organisationen, Gyms, praktisch Fitness, Schools und so weiter und so fort. Die einzigen, die profitieren, sind Hospitals, also beziehungsweise mehr Stromverbrauchung, sind Krankenhäuser, sind Getränkeläden, Pizza-Lieferdienste und Lagerstätten. Also das ist auch eine interessante Grafik. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel den U-Bahn-Traffic, wie viele Menschen in der U-Bahn sich tummeln im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Und da sehen wir, das ist deutlich rückläufig, selbst in der Rush-Hour. Was überhaupt nicht mehr der Fall ist, ist der Flugverkehr in New York. Und wir sehen und haben heute gesehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und die sind drastisch gefallen. Das liegt vor allem daran, dass insgesamt viel mehr Flugzeugaufträge storniert werden, anstatt neue bestellt werden. Klar, wir haben jetzt hier alleine im März einen Rückgang von 16 Milliarden Dollar an diesen Bestellungen, Boeing da besonders im Fokus. Aber die Leute sind insgesamt natürlich schwer getroffen in dieser Corona-Krise. Wir sehen hier, dass Homeowners, also Hausbesitzer in den USA, ihre Zahlung, ihre Kreditzahlung an die Bank für den Immobilienkredit verschieben wollen. Das sind jetzt 17 Prozent mehr als in der nächsten, als in der letzten Woche. 6,4 Prozent sind schon im massiven Zahlungsverzug. Also das nimmt jetzt weiter Gestalt an. Das nimmt sozusagen einen Domino, einen Kaskadenverlauf, dass jetzt hier immer mehr Leute sozusagen in Schwierigkeiten kommen, weil sie schlichtweg die Finanzierung nicht mehr hinkriegen. Wir hatten auch in Deutschland heute sehr schwache Wirtschaftszahlen. Den IFU-Index katastrophal, aber wir sehen, dass nach Berechnungen, die Herr Sherwin Blockland von Nordea angestellt hat, dass das etwa korrespondiert mit einem Rückgang des BIPs in Deutschland von 8 Prozent. Wir haben die Einkaufsmanager-Indizes auch aus UK, aus Großbritannien gesehen. Dort dürfte der Rückgang 15 Prozent des BIPs betragen. Also das sind natürlich schon Dimensionen. Jetzt in Sachen Corona. Hier ist ein Interview heute auf CNBC, das ich sehr interessant fand, wo ein CEO einer Biotech-Firma sagt, naja, normalerweise ist die Herstellung eines Impfstoffes so ein Prozess von fünf Jahren durchschnittlich. Und das, was in den Medien berichtet wird, sagt er, ist extrem optimistisch, dass da schon gesagt wird, ja, vielleicht im Herbst könnten wir etwas haben. Nicht unmöglich, aber sehr optimistisch, sagt er hier. Und das ist vielleicht das Thema, mit dem wir uns vertraut machen sollten. Wir sollten zumindest den Denkraum zulassen, dass es absehbar keinen Impfstoff geben wird. Auch in einigen Jahren nicht. Es ist möglich, dass er relativ bald kommt, allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Aber es ist eben auch möglich, dass er überhaupt nicht kommt. Und das ist natürlich ein Punkt. Apropos Impfstoff, es gab ja viel Hoffnung in Sachen Remdevir, dieses Medikament von Gilead, das jetzt ja gefloppt ist. Und wir sehen, dass die FDA, die Medizinzulassungsbehörde, Medikamentzulassungsbehörde in den USA jetzt auch Hydroxychloroquine stark davon abrätet, dieses zu nehmen, hat praktisch das untersagt, wenn es irgend möglich ist. Und es war Donald Trump, der ja in solchen Tweets und auch bei den Pressekonferenzen eben genau für solche Dinge geworben hat, die offenkundig schädlich sind. Wir sehen, dass hier sogar einige Leute verstorben sind an der Einnahme, unsachgemäßen Einnahme eben, die hier erfolgt ist. Also das ist natürlich schon eine ziemlich heftige Geschichte. Interessant ist übrigens, wie hier Politico berichtet, dass Trump bei der Bank of China, einer chinesischen Staatsbank, nicht der Notenbank, sondern einer dem Staat der China gehörenden Bank, 211 Millionen Dollar Schulden hat für ein Immobilienkomplex in New York oder Immobilienkomplexe. Das heißt, er hatte da Kredite aufgenommen und die würden in seiner zweiten Amtszeit fällig werden. Wir haben dann in Sachen FED die Situation, dass möglicherweise die FED, die er in der nächsten Woche tagt, eine Yield Curve Control machen wird. Das heißt, man wird sagen, okay, die Zinskurve, die kann nur in einer bestimmten und auch überhaupt die Renditen für Anleihen kann nur in einer bestimmten Bandbreite schwanken. Damit würde man sozusagen dann den freien Handel am Anleihemarkt faktisch beenden. Wir sehen, dass das positiv für Gold wäre, wenn das passiert. Wir sehen, dass hier nach wie vor die physische Nachfrage nach Gold deutlich gestiegen ist. Das ist der höchste Stand seit 2013. Und wir haben ja das Problem mit dem Papiergold. Dass das im Grunde Dinge sind, die gar nicht einlieferbar sind, die praktisch Versprechen beinhalten, die nicht erfüllt werden können. Aber schauen wir uns, nachdem das Video schon wieder sehr, sehr lange ist, ein paar Charts an. Was wir hier sehen, ist sehr Dove Jones. Der ist bei 25.000, 23.000, so weit sind wir noch nicht 23.520 Punkten. Wir sehen heute den DAX bei 10.371. Der Euro, der hält sich wo auf? Bei 1.0887 ist es dann wieder gestiegen. Jetzt wieder etwas runterkommend. Gold leicht unter Druck gewesen. 10.716 und amerikanisches Crude Oil wenig verändert bei 18,22 Dollar. Also Solidarität in der Corona-Krise ist für mich eigentlich das entscheidende Thema. Ich laber viel, mache Videos etc. Aber ich würde gerne eben diese Reichweite, die begrenzt ist, aber ein bisschen was ist da, wachsend derzeit, würde ich gerne nutzen, um Menschen ganz konkret zu helfen. Und wenn sie in der Lage sind, diesen Menschen zu helfen, würde mich das wahnsinnig freuen. Das würde irgendwie alles Sinn machen. Das wäre eine Win-Win-Situation. Und wir könnten uns dann alle in dieser Gastronomie in Hamburg treffen. Wenn Sie wollen, die Spender. Ich komme dann dazu und wir machen eine Sause, wenn die Corona-Geschichte vorbei ist. Das wäre doch mal eine schöne Perspektive, mit der ich Sie jetzt ins Wochenende entlasse. Und sage Servus und Ciao.